Das Höllenportal, das wir definitiv auch noch gehen werden. Ja, vor allem muss ich doch eine etwas längere Aufnahme-Session machen. Oder... Ich muss ja noch ein paar Sachen planen. Ansonsten... Nee, ich will das nicht aufscreen machen. Das ist scheiße aufscreen zu machen. Also Kisten einsortieren werde ich später definitiv aufscreen alles machen, aber... So was will ich jetzt nicht nun wirklich aufscreen machen. So. Wir stehen jetzt hier. Hier können wir übrigens Tiere spawnen. Das sagt der da. Und da kann Weizen hin. Und Bäume können ja auch wachsen. Moment. Hier kann Weizen wachsen. Wer hätte das gedacht? So, es ist natürlich die Tür offen gewesen. Verdammt. Egal, wie viel haben wir hier drin? 52. 52. 52. 52. Wie viel Platz haben wir hier noch? Keinen. Ich muss doch irgendwo noch Feuersteine haben. Hier auf jeden Fall nicht, aber da... ...hat schon mal reingepasst. ...hat schon mal reingepasst. So. Mit Eisenerz habe ich das hier irgendwo... Okay, da haue ich das hier noch rein. Fäden und Knochen und Spinnenaugen und sowas. Denn ich möchte jetzt gerne ein bisschen mehr Platz haben... ...für diese Abbauaktion. Und zwar mit dir. So. Vorher kann ich pennen gehen? Ne, kann ich nicht. Höh. Ne, so. So. Höh. Holzdruckplatten lassen sich... ...über Pfeile und draufgeworfenen Items aktivieren. Ja, auch über Pfeile, wenn man die so mit dem Bogen drauf schießt. Kann ich ja mal zeigen. So. Tollololol. So. Zack, zack. Und wir gehen mal ganz kurz raus. Und bauen uns nach oben. Wo? Am besten hier. Brauche ich hier mal Kohle hin. Da Redstone. Lapis. Das. So. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Dä, dä. Das ist einfach... Ich sag mal so. Es ist ein bisschen einfacher zum Abbauen. Beziehungsweise zum Aufbauen. Denn... ...das mit dem... ...so... ...verteilen... ...ist auf Dauer... ...extrem nervig. Gott. Ich werde auch gar keinen Platz haben für den Redstone. Dann muss ich mir noch eine Kiste machen. Oder fünf. 100. Und wir sind schon auf Höhe... ...150. Jetzt. Da sieht man einfach mal, wie krass das ist. So. Na, kommen wir noch auf maximale Höhe. Maximale Bauhöhe ist übrigens 256. Moment. 54. Ja, werden wir. Alter, die Taschen werden so überquillen, ne? Hm, das Haus ist relativ niedrig. Ich glaube, ich muss es noch höher abhauen. Hey, aber ich sehe die Plattform da noch recht gut. Ich glaube, wir müssen zweimal... ...dreißig... ...äh... ...neunundzwanzig... Oh, es geht, glaube ich, direkt auf. Alter, wenn ich jetzt runterfalle, ne? Dann muss ich alles mit einer Leiter oder nochmal mit Dirt hoch. Nein, auf 256. kann man nicht bauen. Hä? Oh, ich dachte jetzt schon, jetzt habe ich die falsche Spitzhacke dabei. So, eine Kohle. Erstmal was essen. Hm. Sieht gut aus. Boah. Lieber nicht. Eine, vier, eine, drei, drei, eine. Es kann natürlich noch was runterfallen, also. So schnell werden wir keine Kohleprobleme haben. Das habe ich letztes Mal auch gesagt. Okay, ein, so ein Kohleblock gibt uns immer so ein ganzes Teil wieder an EP. Wenn man so beobachtet. Manchmal auch mehr, aber dann waren da wahrscheinlich irgendwie die vier Stück rausgekommen. Aber egal. Klingeling, 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 wir sind Level 10. So. Ist ja voll weggeräumt, ja. So, langsam sollte die Kohle auch zu Ende sein. Ja. Hm, ungefähr jetzt nicht. Warte, wie viel Kohle? Ach gut, 20 noch. In etwa. Hey, ich kann wieder was sehen. Toll. So viel Kohle ist es dann eigentlich doch nicht. Hm. Oh, Redstone jetzt. Sieben, sechs, fünf, sechs, sieben. So, stattgeil. Alter, wie viel Erfahrung wir kriegen von Redstone. Klingeling, 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 wir sind Level 15. Alter, wir sind fast Level 20 wieder. Wow. Okay. Ich hoffe, es leidet keiner unter Höhenangst. Ich werde doch ein Spiel hinkommen. Ich frage mich, wie viele Rohstoffe daneben gefallen sind. Ich werde definitiv nochmal ins Haus reinschauen müssen. Ob da irgendwie was daneben liegt. Alter. So, klingeling, 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 wir sind Level 20. Ich sehe es mal in einer anderen Tonlage. Oh, Lapis. Okay. Okay. Wow. Ist ein bisschen vier, ne? Schätzelein. Ein Block gibt uns sechs. Oh, der hat uns 20 gegeben. Drei Dears. Ein Dears. Ein Dears. Ein Dears. Ein. Ein. Zwei. Vier. Zwei. Ein. Zwei. Zwei. Drei. Alter. Mh. Mh. 48. 51. 53. Fucking Dias. Alter. Könnt mich ab heute rich nigger nennen 3, 3, 1 Okay, schade, schade Hm, Kohle war es dann doch nicht so viel Klingeling, achso Klingelingeling Klingelingeling Wir sind Level 25 So Bisschen tieferer Stimmlage, ich weiß So, aus dem können wir jetzt natürlich auch wieder ein paar Sachen machen Das war also doch ganz gut, dass der Herr L.P. Sky mitgenommen hat So, wir müssen jetzt natürlich schauen Dass ich irgendwo Platz kriege Was wünschte ich, hätte ich jetzt noch den Backpack Mod So, denn die Gäste wollen Ja Dementsprechend auch Äh, okay Das Zaunthor war im Weg Die Zimmer haben Plus Äh, leck mich fett Nirgends mehr Platz Ah, die blaue Wolle passt sich Passt gerade ganz gut Kann ich noch ein bisschen Holz nehmen Ein paar Schilder machen Und dann schon mal Sagen, wer wo reinkommt Natürlich brauchen wir auch noch ein paar Betten wieder So, ich glaube das reicht Ohnehin Ja Neun Schilder reichen auf jeden Fall Äh So Hier kann ja einer rein Ähm Ich nenne das jetzt einfach mal Rot Nummer 01 Ich muss mal gucken Kann man das mit Rechtsklick Hö Okay Äh So Ach Rot Nummer 01 Zimmer von So Okay Hier ist dann Rot Nummer 02 Zimmer Von Epis Guy So Hier haben wir dann Blau Blau Nummer 01 Zimmer Von Achso ja Müssen wir dann schon selber machen Ne Hier haben wir dann Blau Nummer 02 Zimmer von So Ihr erfahrt jetzt natürlich nicht Wer genau da reinkommt Aber ich weiß es Also nicht wer wo reinkommt Moment Er 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 Passt Sind nur drei Nur vor allem Rot Nummer 03 Zimmer von So Hier ist dann blau Blau Nummer 03 Zimmer von Kennen wir ja alles Deine Mutter Schon wieder aus dem Haus Vertrieben oder was Such dir mal eine Arbeit Scheiß Penner Was passiert mit Leuten die nicht vorher bezahlen Oh hier oben sind ja mehr Zimmer Ah jetzt war ich Roten Nummer 04 Zimmer von Blau Nummer 04 Zimmer von So Okay dann haben wir hier jetzt Moment Sonst auch ein bezahlter Besuch Wir haben eine roten Nummer 05 Genau Rot Nummer 05 Zimmer von Okay Die blaue Wolle verlegen wir jetzt schon mal Denn das macht sich so nicht Äh Ja sehr gut Ah doch Die Fackel hier schon mal sehr gut platziert Denn die muss da bleiben Ja ist natürlich keine Zeit mehr Um Dementsprechend noch Die Zimmer einzurichten Also Kisten schon Ja Aber Halt nicht so wie ich es gerne hätte Also so richtig einsortiert So hier ist es sonst hell genug Und hier haben wir wieder noch die Lampe Könnte man auch mit Verzögerung arbeiten Müsste man dann aber mit Repeater arbeiten Und Tja der Wayne Train ist da schon relativ Abgefahren So wir brauchen ein zwei drei Kisten Also sechs Warum sechs? Ganz einfach Es müssen ja Doppelkisten sein Äh ne Es müssen gar nicht Doppelkisten sein Ich meine für eine einzelne Person Reicht im Prinzip Eine einzelne Kiste Bei Elpis Geist ist einfach so Der hat noch Zeug von mir So Und ich hab Doch ich hab genug So die Kiste kommt einfach mal Hier so hin Ach wisst ihr was Ich mach noch ein bisschen länger Und richte hier ein bisschen ein Hier ist kein Bett Da ist ein Zombie Hier ist keine blaue Wolle Eww Eww Fuh Hm Wie machen wir das? Äh Betten brauchen wir erstmal So Betten können wir hier raus herstellen Wir brauchen drei Stück an der Zahl Blödsinn Wir brauchen nur zwei Denn eins steht ja schon So Was mir so auffällt Ah das kann man nicht färben ne Ne Kacke Bei weißer Wolle hätte ich jetzt gesagt Da kann ich ja noch umfärben Aber Äh Bei der geht's nicht So da haben wir auf jeden Fall schon mal Ähm Du bist auf der Seite gewesen Und zwar Ich mach das einfach mal Zwei entfernt So Ja Und So Ui Ich hab ja keine Bücherregale ne Kann ich doch nicht dekorieren Verdammt Kacke Doof Ich hätt nämlich echt noch gerne ein paar Bücherregale gehabt Aber was ich machen kann ist hier sowas Äh ja Äh Ich will mal so in die Ecke rein Denn das gehört dazu Äh muss in die Ecke In die Ecke So Äh Das Bett hier ist auf der falschen Seite Weil Es muss ja umgedreht sein jetzt So Das heißt du bist auch falsch Du musst nämlich Hier Und das Äh Ist das Nacht Ne Dass ich Jetzt Äh Also dass ich Werkbank rein tue Das Ganz einfache Zweite Begründung Ich kann mich dann mit dem Eisen Vor Ort Ein paar Sachen machen Hm Was da was Ich gönne den einfach nochmal Ein Tierschwert Einfach weil ich so ein nettes Arschloch bin Und Boah ich weiß gar nicht was wir machen werden Oh eine neue Optifine Version Interessant So Wo will ich hin Achso Creeper Hä Wie ist denn die Spinne gestorben Frage ich mich gerade Ich hätte das Eisen da vielleicht rein tun können In der Zwischenzeit Und das Gold Ich bin ein Idiot Barker So Es geht zwar nicht auf Aber das ist mir Latte So Äh Eisen Wollte ich Ja das sind's Markte Aber Was nah dran Die Schaufel kann ich ruhig mal mitnehmen Und die Spitzhack Die ist noch intakt Fäden hätte ich auch noch gerne bei Und Pfeile Könnte ich das einfach mal schnell hier reinklatschen So Ah verdammt Okay Äh Dafür brauche ich Federn und Kies Äh Feuersteine Ein paar Hab ich ja So Wollte ich fragen Regnet's Äh Fuck it Ah kacke 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 Das muss jetzt schnell gehen Das muss schnell gehen Alarm für Cobra 11 Wiu 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 Äh Kisten 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 kisten, kisten kisten Und das können kisten 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 Was ist das einfach nachden散